Hallo zusammen, heute wollen wir euch mal ein paar Bauchtrainer vorstellen, die wir bei Findlo im Programm haben. Zuerst den Abdominox, das ist der Klassiker. Zusammen mit Moritz wollen wir euch mal zeigen, was ihr damit richtig schönes machen könnt. Genau, also der Abdominox, der klassische Bauchtrainer, der ein super geführtes Training bietet. Das bedeutet, ich kann mich hier ganz bequem reinlegen, meine Arme einfach zur Unterstützung auf die Griffe legen. Und das Gerät übernimmt einen Großteil der Führung, wobei der Bauch natürlich sehr intensiv arbeitet. Man kann sowohl den geraden Bauchmuskel, wie hier gezeigt, trainieren, als auch sehr schön für eine leichte Variation den schrägen Bauchmuskeln. Ziemlich leicht variierbar das Ganze. Das Gerät übernimmt, wie gesagt, sehr, sehr viel von der Führung und man hat sozusagen nahezu alle Fehlerquellen bei dem Gerät ausgeschaltet. Also ein klassischer Bauchtrainer, der sicherlich hervorragend das Bauchtraining für zu Hause unterstützt. Weiterhin als Zubehör diese Schlaufe, mit der man die Führung etwas minimieren kann für etwas fortgeschrittenere Sportler. Da kann man beispielsweise einen Arm ablegen, mit der anderen Seite eben eine Führung gewährleisten über dieses Bändchen. Das macht das natürlich komplizierter als das Ganze, weil eine Seite sozusagen etwas weiter mobilisiert ist. Also ihr habt somit auch die Möglichkeit, den Anspruch, um mit dem Bauchtrainer zu steigern. Gleichzeitig gibt es noch Zusatzgewichte. Die könnt ihr optional dazu erwerben und dann habt ihr im hinteren Bereich eine größere Belastung. Und ich glaube, damit wird einfach der Bauchmuskel doch noch mehr gefordert, oder? Genau, richtig. Also gerade der Bauch ist ein Muskel, der sehr, sehr gut auf minimale Lasten schon anspricht. Und dadurch, dass man diese Last weit entfernt vom Drehpunkt der Muskulatur, hat man natürlich eine deutliche Kraftsteigerung. Das bedeutet, das Training wird intensiver. Also kleine Gewichte mit sehr, sehr großem Effekt. Neben dem Abdominox wollen wir euch auch noch einen weiteren Bauchtrainer bei uns im Programm vorstellen. Und das machen wir jetzt gleich, den Abtag. Nummer zwei in der Regel der Bauchtrainer ist der Abtag. Nach dem Abdominox ist das quasi der Trainer für Menschen, die die größere Herausforderung suchen. Denn hier habt ihr noch mehr Möglichkeiten, um noch intensiveres Training tatsächlich hinzubekommen. Oder, Morgz? Genau, so ist es. Also der Abtag ist letztlich eine Weiterentwicklung vom Abdominox. Das bedeutet, das Training wird hier deutlich fortschrittlicher und anspruchsvoller. Wenn man wirklich fährt, darauf legt, seinen Sixpack auszupeilen, die Bauchmuskulatur noch intensiver in der Tiefe zu bearbeiten. Hervorragend ist dieses Gerät möglich. Nichtsdestotrotz, auch der Einsteiger kann die ganz klassische Variante bei dem Gerät hier wählen, indem man die Arme hier oben drauflegt. Und letztendlich den Klassiker macht, das heißt, sich aufrichtet mit Hilfe der Arme hier vorne. Zweite Möglichkeit, ich habe jetzt hier zwei Schlaufen, die ich festhalten kann. Damit kann ich etwas vertikal den Zug betonen und kann die Bauchmuskulatur so intensiv ansprechen. Und die Krönung bei dem Gerät, das was letztendlich das Ganze ausmacht, in Sachen Intensität. Ich habe auslagerbare Arme, also ich kann sie hinten an die Griffe fassen. Noch zwei Zusatzgewichte mit drauf. Das ermöglicht mir einen viel, viel weiteren größeren Hebel. Und die Bauchmuskulatur ist direkt von Anfang an durch die Vorspannung der Ausgelagerten Arme intensiv beansprucht. Das heißt, wie ihr seht, ihr habt hier eigentlich drei unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten. Das sieht alles kinderleicht aus. Zugegeben, wenn man so trainiert ist und als Personal Coach arbeitet, ist das das wahrscheinlich auch kinderleicht. Für jeden Normalen, so wie mich oder auch bestimmt, wie viele von euch das sind, ist das wirklich super Training. Und ich bin mir sicher, dass eure Bauchmuskeln mit dem Gerät gestälert werden. Zuletzt wollen wir euch noch ein drittes Gerät zeigen. Und das steht hier hinter mir. Und da schauen wir gleich hin auf. Wenn ihr bereit seid für die Königsklasse des Bauchtrainings, dann seid ihr beim AppTracks mit Sicherheit richtig. Wenn ihr lesert, wenn man es ausfällt, dann kennt ihr das Gerät vielleicht schon, weil es dort vorgestellt wurde im Zuge der Powertools. Aber was macht eigentlich das Gerät so ganz speziell? Also der AppTracks ist die Krönung des Bauchmuskulatrainings einfach aus dem Grund, weil man sehr, sehr sicher, gut fixiert, die Bauchmuskulatur intensiv und konzentriert ansprechen kann. Bedeutet, man hat ein Kreuzer, welches in einem Schlitten gelagert ist. Dieser Schlitten wird sozusagen das Polster führen, wenn ich die Bewegung ausführe. Habe eine sehr, sehr bequeme Ablageposition. Das bedeutet, ich brauche im Grunde, mich nicht wie auf den Boden zu legen, um dort eben eine Begegnung zu finden. Das Gerät ist instinktiv bequem. Habe einen Wiederholungszähler, eine ganz wichtige motivatorische Komponente, die mir natürlich erlaubt, nachzuvollziehen, was habe ich auf dem Gerät bereits geleistet. Um das Ganze mal zu demonstrieren. Letztendlich kann man die Bauchmuskulatur von tief bis oberflächlich, von gerade bis schrägen Bauchmuskulatur komplett durchtrainieren, indem ich hier festhalte und mein Rund praktisch, beziehungsweise die Beine gegen mein Becken nach oben ziehe und dadurch die Bauchmuskulatur intensiv kontrollieren lasse. Also ihr seht, ihr habt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, hier zu trainieren. Wenn ihr zum Beispiel mit den Beinen hochfahrt und das Ganze angespannt lasst, dann kriegt ihr dementsprechend eine intensivere Belastung. Und ihr merkt auch, das ist eine ganz andere Körperhaltung, als wir jetzt das beim Bauchtrainer auf dem Boden haben. Genau. Weiterer Vorteil, man kann das Polster zur Seite drehen. Das bedeutet, ich habe sozusagen die Möglichkeit, schräges Bauchtraining durchzuführen. Kann weiterhin Zusatzgewichte eben auch aufladen, sodass das Training noch viel, viel intensiver wird. Genau. Apropos Zusatzgewichte. Es gibt für jede Seite 5 Kilo Zusatzgewichte, die ihr hier ganz ohne weiteres auf der Seite befestigen könnt. Und damit bekommt der Schlitten einfach zusätzliche 5 Kilo, wenn nicht sogar 10 Kilo, wenn er die an beiden Seiten befestigt, an Gewicht. Und das erhöht natürlich den Widerstand, womit ihr einen noch einen höheren Trainingseffekt erzielt. Genau. Das macht das zum absoluten Top-Produkt in Sachen Bauchtraining. Genau. Ihr habt jetzt wohl einen ganz guten Überblick über unsere Produktserie der Bauchtrainer bekommen. Und ja, vielleicht ist ja der eine oder andere Richtige bei euch mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.